Hallo, ich bin die Sarah und ich mache meine Ausbildung hier als Friseurin bei H-Profi Ilen Illingen. Mir macht meine Ausbildung Spaß, weil ich kreativ sein kann, weil ich immer verschiedene Menschen kennenlernen und ich denen dabei helfen kann, sie zu verschönern und sie glücklich zu machen. Bei uns kann man nicht nur eine Ausbildung machen, sondern es gibt auch viele Möglichkeiten, sich hier weiterzubilden. Ich habe hier meine Ausbildung gemacht, bin jetzt schon seit zehn Jahren hier und bin Ausbilder und Friseurmeister. In unserer Ausbildung beschäftigen wir uns nicht nur mit Haaren, sondern auch rundum ums Make-up und ums Nageldesign und das gibt es natürlich auch bei uns hier im Salon. Wir haben dein Interesse geweckt und du hast Lust auf etwas Neues? Dann bewirb dich jetzt!